Die 3D-Planung ist mittlerweile ein State-of-the-Art. Das ist das, an dem man heute unterwegs sein muss. Die grösste Veränderung ist sicher, dass es auf alles einen Einfluss hat. Es fängt wirklich bei der Kundenberatung an und hört bei der Baustelle auf, dass wirklich alles gerüstet und alles vorbereitet ist. Der Arbeitsablauf ist vor allem einfacher geworden, dadurch, dass wir nicht mehr Stückleisten manuell schreiben müssen und auch viel durchgängiger als das CNC-Programm angeht.